ui 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 ich habe mich gerade nach georgetown west teleportiert wahrscheinlich in viel zu fette action rein ich habe regulatoren gesehen und ich glaube da gibt es noch mehr gegner als die also mal schauen was die gibt ja eindeutig mehr als regulatoren ich sehe super mutanten dahinten aber ich glaube das ist der richtige weg um kailies ranger oder wie die heißen zu attackieren und dann noch jemand anderen und dann noch den super behemme von radio freestation radio freestation rein gleich mit den ganzen drogen die es gibt ich hab das wirklich vermisst ok wir falten sich gegenseitig an sherry 2 geht es gut sehr gut regulator gewonnen nein das kommt nicht aufs kleines schieße manchmal ist die schlechte taktik das ist gefährlich zu schnell zu holen ich möchte gerade eine gute headshot chance kriegt viel zu hoch viel zu hoch ganz klar jericho krasser start hier ok gehen wir mal alles ausrauben ich habe mich schon gewundert wo die bleiben regulatoren wo muss man das gerade so ich mir extra einen kampfhund repariert mit einer eingelagerten und dann kommt schon die neuen kampflinken kampflinken wenn es nur eine fruchtlose wäre eine fruchtlose kampflink wäre schon cool ich muss das ein Fenster raussnipen ja gute reichwerte tschüss Centauri Centauri also ja printer brauch ich brauch ich oh das ist ein komisches Licht gerade was wollte ich jetzt ah ja den wieder aufsetzen der wird ja gleich in einer Minute wieder kaputt sein da ist es dann wieder egal wäre Milchflasche schau ich aus wie ein Milchtrinker ja das tue ich das tue ich ich schau aus wie ein Milchtrinker und ich trinke auch Milch also ja eigentlich schon Chinesisches oh Elektron Boah Sonnen Diffuser Sonnen Diffuser oh boah oh schreckhaft ist so schreckhaft oh fuck ich habe mich gerade erwischt ich habe das wirgetan ach du heilig scheiße oh die Herzinfarkte ok was für Snacks die kann man nehmen Wasteful hier drinnen so cool mit der Atombombe da ist Snaggler ist noch mal ein kleines Snaggler versteckt ich will der Turpentine und Abbruck die Bootsmittel zusammen wieder ein Sturmgewehrspender Sackgasse da gibt es mehrere Sachen ja Sackgasse der ist einfach mal in einer Sackgasse abgehängt da schaut cool aus das Gebäude das zerbrochene sehr cool das Lair hier ja da hab ich schon mal rausgeschaut aus der Metro Station war mir zu gefährlich dass ich da rumrenne war noch ziemlich early game und das ist auch sehr verständlich die Metro ist ziemlich gefährlich und Drogenzug kick hinein geil schönes Wasser sicher trinkbar so wie Pappe es haben wollte ein trinkbares Wasser für die Kumpas ein bisschen Anmarsch natürlich zur Hölle ja ich das vermisst habe greife ich den Schädel vielleicht wenn wir sehen oh sieht schlecht aus das Ding gehen wir fisten es werden wieder Centauri gefistet oder wie die Dinger heißen Centauri passt schon ok ok da ist eine U-Bahn-Station die fehlt mich zum Ziel wahrscheinlich und da drüben ist das Krankenhaus glaube ich dass es so viel leichter ist nach Rivet City zu gehen als ihr wisst schon so free dog nein jetzt hab ich Maddox gegessen mmmm Maddox gibt Kartoffelchips gleich eine viel bessere Würze oh das sind die zwei Haarklammern die ich in dieser Folge erfinden werde oh ich muss reingehen ok wie kann ich ihnen dienen hm der fahrt jetzt in der Nachbarschaft herum oder lügen wir im Kongress perfekt auf der richtigen Stelle oder noch nicht war doch noch ein Zeitschriftsteil das ich noch nicht gelesen habe ja es wird sanft regnen und nach Erde riechen und Schwalben werden pfeifend durch die Lüfte fliegen und Frösche werden quaken nachts im Teich und wilde Pflaumenbäume werden leuchten in zittrigem Weiß Wanderdrosseln werden ihr Federfeuer tragen und auf einem niedrigen Zaun ihre Klagen zwitschern den Krieg wird niemand kennen niemand wird sich um das Ende scheren kein Vogel und kein Baum würde sich grämen wenn die Menschheit verginge und der Frühling selbst würde bei seinem Erwachen kaum merken dass es uns nicht mehr gibt sehr schön sehr schön und jetzt gehe ich auf Jagd kleiner Roboter nein ok dann nicht dann gehe nur ich da auf Jagd ich werde was für eine Überraschung uh das war schnell nein hm kann ich die noch reparieren auch nicht das leckt das drehen das drehen ja jetzt muss ich dann leckt sie manche Spielstellen oder lecken einfach zu viel da renne ich nicht rein zu viel Lack hier drin rückzug Jericho rückzug das Krankenhaus oder in der U-Bahn Station das ist eine U-Bahn Station oder die U-Bahn Station das ist eine U-Bahn Station okay es gibt ja viel zu viel hier eigentlich wollte ich in die Auto-Werkstatt Autowerkstatt die Autostation mit den Autos davor von letzter Episode mit den Autos davor von letzter Episode okay holen wir Granaten ja mit den Mästen mal hat er explodiert okay wo ist den Minigun Ah, okay. Wo ist da noch da? Oh, der hat die ganzen guten Waffen. Wo ist die Minigang hin? Lobby in La Lazebure, go. Ja, ich mein, chinesisch ist schon reparieren. Nein. Dann benutzen wir es wieder. Rein hier. Das war gar kein markiertes Gebäude, oder? Das ist auf jeden Fall ein super, mit dankem Gebäude. Da mach ich viel Schaden schon. Oh, ich bin nicht mehr. Oh. was bist du oh man don't Nein, nein. Ach, geht mir aber vor Zornis. Ganz uncool, ganz uncool. Es ist eine Musik gewesen. Keine Musik hier. Nicht erlaubt. Ach du, Mini-Atombombe. Hätte der einen Fatboy in der Hand gehabt, hätte ich blöd reingeschaut. Ah, ein super cooler. Nein. Nein, absolut nicht. Darf nicht gespielt werden. Ich weiß gar nicht, ob ich schon ein Monetization Problem bekommen hab von denen. Von Fallout 3. Die alte Musik ist so gefährlich. Auf Fallout New Vegas gab es einen Mord, dass ich zum Bus reingehaut habe. Da hab ich bei meinem ersten Fall gleich mal einen Copyright Strike bekommen. Einer von den nicht schlimmen. Das heißt. Einer, wo nur das Geld überwiesen werden würde. An was war Sony Entertainment. Aber mit 20 Views ist das nicht wirklich so viel, dass die da bekommen würden. Ja. Verdammt natürlich. Was ist sonst? Nicht hier. Nehmen wir wieder das Sturmgewehr. Weißt. Kann ich auch rein. Wir müssen jetzt hier mal rein. Gibt es doch hin. Nein! Nee! Perfektes Timing wendend, okay, jetzt muss ich den noch schnell weg machen. Mist 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 Mist, ah verdammtes, verdammte Diept oben, wo ist mein Sniper Nein, schau Mist Jett ran Ich glaube es geht hier Oh, cool, an den Dippen kann ich mich sogar erinnern, ja es ist ein Paket mir fast gebrochen, sehr cool, sehr gut, in diesem Teil der Map gibt es nur Teile der Map, die dich Wonders hinführen anscheinend, okay, wo bin ich jetzt auf der Karte, auf der Weltkarte, Georgetown, North, Deutschland-West nicht reingekommen, also gehen wir in North, 44er Monik wird auch schon wenig, ι, erst umgewerft, und umgewerft chinesisch Du, umgewerft knäsig Ah, ich werde mit Taschenlampe rum. Egal ob ich Stealth mache oder nicht. Oh, was will ich? Raider. Und ich bin wieder vor. Ich steh dich. So, in welche Richtung jetzt? Wow. Guck mal, kann ich noch mitnehmen? Darf ich sicher Platz zum Reparieren? So, ich ja. Diese Richtung. Ich kann es riechen. Okay, Problem gelöst. Ich schätze mal diese Richtung. Wir werden sehen. Oh. Ich wollte gerade trinken, du. Vielleicht schaffe ich das nicht. mal den ort hinter den ich finden will man weiß es nicht jedenfalls bin ich nur radar operator und schaust du die mann zu dörst aber die brille unter dem herrn die gibt mir bessere wahrnehmung also ist es wert auch ich werde in nuvegas und fallout 4 auch nicht wirklich viele in wissenschaften decken die triche all the way ein knesisches damit ich meine vampir klinge reparieren kann wo ich hier schon ersatzteile habe da ist neger die waffe wird gerade nicht verwendet hier wird nicht kaputt die vampir klinge das cool ist hier noch der behemoth wird nicht auf uns gehen wenn er wirklich da draußen ist und so sagt mir nichts wird gut aus also ich bin genau in die falsche richtung gegangen aus irgendwelchen unbekannten gründen okay two point rest um okay okay wenn wir noch was reinwürgen ruhig hier aber meint jetzt sieht es nicht aus ich sehe es danke Und dann gesteckt. Ja, ja, ich bin tot. Und A-Klammern? Nein, schade. Das waren total miserabelste Schüsse. Der. Perfetzt. Die Munibox genommen. Die Kampfwente zum Reparieren. War das schon alles? Ja, dann direkt nehm'n Auto. Vollet wird. Und Jericho rennt mir vor die Nase. Ja, Jericho kann ich das Auto schießen. Was haben wir hier drüben überhaupt? Blatter Raider. Okay. Ich fahre mich mal schon mal vorweg. Dank dem. Gut dem Sports hier. Hm. Ich hab' gesagt, wenn ich Angst in mein Permot-Def Leben hätte, würde ich free dog sofort auslossen und einfach nicht in diese richtung renner der nur sinn wo ist linken zu peter hier was gibt es hier schönes minen anscheinend das sind daten wo man reingehen kann da wird wirklich wo es ist doch eigentlich kann ich kampf hinten da habe ich auch gerade das art stelle wo er schuft mich weg da sind die gegner super Super, ich bin in den Arm. Ach komm, würdest du noch einen besseren Weg rausgeben, oder? Der 10. Stealth Boy, und die Furchtbücher, die ich schon lange ignorier. Oh nein. Verdammt, bist du denn auch nicht tot? Ich finde den Ort nicht, wo ich hin will. Nur alles andere. Ah, wieder eine Metro Station. Typisch. Was sind denn die denn alle? Jericho, wo sind die alle? Jericho? Er wird schon verrückt. Wo macht's Lust? Ah ja, wäre sie gut auch. Ich kann nur noch was die vorhaben. Aber es gibt da einige davon. Was geht hier weiter. Was geht hier weiter? Jekko? Jetzt geht der zum Jericho rüber. Hast du die Gegner da drüben schon gefunden, Jericho? Komisch. Komisch! Oh, das ist ein Raider. Oh, krasse Zängeln hier. Und 10.000 U-Bahn-Stationen, durch die man wahrscheinlich durch muss. Dass man irgendwo hin kommt. Hm. Was zum Teufel. Jericho ist noch immer auf der Jagd nach Gegnern. Nicht mehr gut ausgeruht. Okay, ich nehme die nächste U-Bahn-Station. Wo gehst du hin? Oh Gott. Ich teleportier mich rüber, sonst glitscht der Typ noch herum. Ich hab keine Ahnung wo das war. Hinten oder hinten. Ach du Scheibenkleister. Ich kann vielleicht die Folge Odyssee nennen. Odyssee nach Radio 3 Dark Tower. Das war unmöglich zu finden in so einem Wegpunkt. Action, action, action. Was gibt's hier gute Räder? Nein, gute. Ich habe die Hoffnung. Der ist die Zähne. Der ist das nicht so. Der ist die Zähne. Der ist das nicht so. Der ist das nicht so. Der ist das nicht so. Verdammt. Ah, verschluckt. Ah, jetzt brennt's. Meine Augen. Meine Augen brennen. Kann die Müdigkeit sein. Das ist übrigens 2,44 Euro. Okay. Jetzt kann ich mir gleich reinwirken. Ach, hm. Puh. Soll wir... Ah, natürlich. Okay. 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 Das muss ich mal richtig sein. So viele Tunnel, die ich schon durchquert habe. Was ist das? Ah, das ist die Klinik. Nein, World Deck hat's jetzt. Oh. Aber ich bin auch noch nie drin. Ich werde sie so richtig schön fern. Oh, das ist die Minigun. Oh, das ist die Minigun. Oh, das ist die Minigun. Ich werde sie weg. Oh, das ist das. Ich werde sie weg. Was ist denn so für? Ah, verdammt. Wer ist das? Alles auf Maximum. Was gibt es hier? Ich bin richtig, bin mir jetzt ziemlich sicher. Ich mein, ich hab schon oft genug gesagt, ich kann schon gar nicht mehr falsch spielen. So weit wie ich gekommen bin grad. Okay. Ich bin richtig sicher. Mann! Mist! Verder, ist du denn noch nicht tot? Oh. Oh, das ist halt wegzien. Die explodieren, die hinten an. Wird immer schneller. Ja. Ah. Okay, wo ist mein Red Axe und Red Away? Was war das für ein Loch hier? Okay. Okay. Cherrykinball von der Spitzen. Ja. 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 Und gleich die nächste Welle. Hm. Das war vielleicht ein bisschen zu früh aber. Ja. 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 Das war also. Nee. Genau. Mhm. Die Strasse werden mich jetzt learnen. Oh! Oh, mein Arm! Ich denke, es ist Chariko. Chariko! Chariko! Wo ist das? Was? Okay. Nutzer-Sicherheit, Bro. Nutzer-Sicherheit. Oh! Wenn der da verloren geht, irgendwo in Mutanten-Gebieten. Ist das nicht cool? Nein! Warum tue ich das? Was soll ich das? Das stimmt mit mir nicht. Wollen wir wieder ein Redex sein? Von Redex kann man nicht mal süchtig werden. Sicher bin ich mit Ritter nicht. Okay, was ist das für eine Absturzstelle? Oh, hier. Das sollte man nicht zu lange stellen. Eindeutig nicht. Und... Setze ich die falschen Sachen ein. Schon so verwirrt. Und Zeit zum Schlafen gehen. Venom Square Station. Okay ... So, die Okay ... Das könnte, die Neuen hat diese Okayen schlafen. Okayh ... Das war's für heute. Oh, fliegt der runter. Nein, da ist er. Was war das gerade? Oh Gott. Hier we go. Der Typ wird wieder verrückt. There's to go. What's for here? Oh, wo ist der Typ jetzt hin? Der rennt wieder irgendwo rum. Ich glaube das aufs Haus rauf. Oh Gott, here we go. Das Statesman Hotel. Okay. Hier sind die Ranger drin. Oh Gott. Oh Gott. So Free Dock habe ich es noch immer nicht geschafft. Ja. Hilft doch nichts. Vielleicht finde ich ihn später mal wieder. Jetzt kann ich mich mal daraus teleportieren. Wenn ich die Weltkarte schaffe zu öffnen. Nein, gibt's ja nicht. Ich finde es einfach nicht den Weg darüber. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. wow. Vielen Dank.